Hallo, hier ist Sabrina und bei mir geht es heute darum, wie du das Passiv mit den Hilfsverben can, must oder shouldn't bildest. Falls du nicht mehr genau weißt, wie das Passiv in anderen Zeiten funktioniert, schau dir auch noch die Videos dazu an. Ich habe dir hier bereits die Bildung mit den Hilfsverben aufgeschrieben. Die Bildung ist folgendermaßen, es ist can oder must oder shouldn't, je nach Satz, plus be, plus der dritten Verbform, das heißt dem Past Participle des Verbes. Damit das jetzt noch deutlicher wird, werden wir uns gemeinsam einige Beispiele anschauen. Unser erster Beispielsatz lautet, Laura can cook dinner. Laura kann Abendessen kochen. Zuerst einmal wollen wir jetzt diesen Aktivsatz in einen Passivsatz umformen. Hierfür unterstreichen wir die einzelnen Satzteile. Das heißt, unser Subjekt des Satzes ist Laura. Unser Verb des Satzes besteht aus dem Hilfsverb und dem Vollverb, can cook. Und unser Objekt in diesem Satz ist dinner. Beim Passiv ist es jetzt so, dass das Objekt des Aktivsatzes am Anfang steht. Das heißt, wir beginnen den Passivsatz mit dinner. Als nächstes müssen wir jetzt die richtige Verbform bilden, wie wir gerade oben besprochen haben. So ergibt sich dann can plus be, plus der dritten Verbform, das ist von to cook, cooked. So ergibt sich can be cooked. Jetzt haben wir noch das Subjekt des Aktivsatzes wird zum Objekt des Passivsatzes. Wir hängen also an bei Laura. Dinner can be cooked by Laura. Wie du sehen kannst, wurde also das Objekt des Aktivsatzes zum Subjekt des Passivsatzes und das Subjekt des Aktivsatzes wurde zum Objekt des Passivsatzes. Hier noch einmal verdeutlicht. So, die beiden wurden also sozusagen getauscht. Kommen wir nun zum nächsten Satz. Unser nächster Satz lautet I must do my homework. Ich muss meine Hausaufgaben machen. Auch hier wollen wir zuerst einmal die Satzteile unterstreichen, bevor wir den Aktivsatz ins Passiv umformen. Dieses Mal ist I unser Subjekt. Must do ist unser Verb. Und my homework ist das Objekt. Beim Passivsatz beginnen wir jetzt wieder mit dem Objekt des Aktivsatzes. Das heißt, es ergibt sich my homework. Jetzt wieder die richtige Verbform wählen. Das heißt must und be. Und die dritte Verbform von to do ist done. Also must be done. Jetzt kommt in Klammer dahinter noch das Subjekt des Aktivsatzes. Das wird hier zum Objekt. Nämlich by me. Deshalb in Klammer, weil wir das auch weglassen können, wenn klar ist, wer hier der Sprecher ist, wer also seine Hausaufgaben noch machen muss. So lautet der Satz dann. My homework must be done. Kommen wir jetzt zum dritten und letzten Satz. Unser dritter Satz lautet. Paul shouldn't leave the door open. Paul sollte nicht die Türe offen lassen. Auch hier unterstreichen wir wieder das Subjekt, das Verb. Und jetzt Vorsicht, da gibt es dieses Mal noch einen Teil, der dazugehört am Ende, nämlich open. Und das Objekt, the door. Wieder beginnen wir mit dem Objekt des Aktivsatzes im Passivsatz. Das heißt, es ergibt sich, the door, nun wieder die richtige Verbformel, das heißt, shouldn't be left. Und jetzt Vorsicht, wir haben hier noch den open Teil, kommt auch noch da dran gehängt. Und das Subjekt des Aktivsatzes wird wieder zum Objekt des Passivsatzes, by Paul. So, ergibt sich also, the door shouldn't be left open by Paul. Was musst du dir also zu diesem Thema merken? Merke dir zuerst einmal, die Bildung des Passivs mit den Hilfsverben can, must und shouldn't erfolgt folgendermaßen. Du nimmst can, must oder shouldn't, je nach Satz, plus be, plus der dritten Verbform, das heißt den past participle. Falls die Person, die die Sache ausführt, im Aktivsatz unwichtig ist, beziehungsweise klar ist, wer die Sache ausführt, kannst du sie einfach weglassen. Ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Passiv. Bis zum nächsten Mal. Dieses Video wurde präsentiert vom Online-Lerncenter der Schülerhilfe. Viele weitere Videos, tausende Arbeitsblätter und vieles mehr findest du auf olc.schülerhilfe.de